Wollen wir den Rattenkönig angehen? Wollen wir den Rattenkönig? Wollen wir den Rattenkönig? Ich weiß gar nicht was mich da kapiert hat. Ist der historisch? Noch nicht. Aber jetzt. Theoretisch. Zeig ich doch. Das war's für mich. Hey, Devrim, rate mal. Die Kabale haben alles verloren. Und ich meine alles. Noch ein Tiefschlag gegen ihre Moral. Brillant. Alpert-Troyen noch. Ja, ausgelöst. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal zu blind da ran werden. Also mit dem Schild, aber ich habe eine Liste. Falls du Zeit hast. Soll ich springen oder was mache ich da? Schild? Ich habe jetzt noch ein Schild in der Hand. Hast du gerade? Oh, stehst du an. Ich habe jetzt noch ein Schild. Geist und Hüter im Sammelfieber. Kein Gefallener ist zu klein, kein Kabal zu groß. Also den ersten Teil vom zweiten Teil haben wir jetzt gelöst. Keine Ahnung, was jetzt noch kommt. Jedes kleine Stück, das wir den Feinden abnehmen, macht sie schwächer und uns stärker. Geh mal Robin Hood spielen. Oh. Ja. Ja. Geist und Hüter im Sammelfieber, kein Gefallener ist zu klein, kein Kabal zu groß. Kiste? Somit sind wir damit auch durch, und jetzt im Schlamm noch ein Vektor. Wird vorschlagen, dann sprühen wir einmal runter in den Schlamm. Halt hier, haublein, haublein, Kiste. Ja, das ist so schädig. Jetzt Schlamm? Wirklar. Dann haben wir die verlorene Socke machen. Aha. Dann haben wir das auch durch. Da ich dir herbeigetreten bin, darfst du dir dann überlegen, was wir dann spielen wollen. Streiks können wir machen. Warte mal, ein verlorener Sektor ist einmal hier links. Einmal da hinten, ok. Dann müssen wir stehern. Objekt, das ist ein Blatt. Weg, wozu hier drin ist. Wirklar. Einen. Werden das Wettbewerden. Wirklar und unsere Reaktion. Wirklar. Bist, das ist ein Blatt. Oh, man, man. Der hat einen Lieblingsgegner, ne? Mhm. Ich glaube, wenn wir beide mit Sniper 1 machen, dann ist er aber auch echt schnell Schluss. Mhm. Ups. Mhm. 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 Ja. Ja? Ja. Verdammt! Dieses mal schiesse ich mit dem... ...möden Dinger da daneben. Ich bin da der Rich Bitch. So. Bei mir ist das schon wieder, wenn ich laufe. Du Feen hinter mir, bin ich unsichtbar für dich? Ab und zu, ja. Wenn du wollen, was du trickst. Haha. Siehst du wohl? Mitmachen? Von mir aus. Hab. Du bist nicht so begeistert. Was tu? Ich mach überall mit. Mit dem, was dabei rauskommt, dass wir viel interessanter werden. Glimmer. Okay. Ich habe vollstes Vertrauen in euch. Ich habe vollstes Vertrauen in euch. Glimmer. Okay. Ich habe vollstes Vertrauen in euch. Ich habe volloiret. Was? ich habe auch was geworfen also bei einigen scheint es wirklich wahrscheinlich schnell aufzuladen also meinst du da nicht voll Was war das denn? Was hat mich da denn gedötet? Pst, meint der Schweiß. Aber ich stehe nicht auf mich mit dem Winter, ne? Boxy. Boxy studiert an der Bahn steht. Hinten drinnen. Nein. Wo? Das war mal wieder ein schneller Eingriff. Sehr gut. Hinten drinnen. Hinten drinnen. Hinten drinnen von der Bahn? Ja, hier. Bei meiner Position. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hinten an der Bahn. Achso. Ach da. Ja, gut, zack. So, und meines? Hier ist auch noch mal so eine Bank. Moment, Moment. Auf die andere Seite. Schnell, 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 schnell. Hinter dir ist nicht lieber. Was sagen wir mal. So. So. Also, ich hätte jetzt Zeit. Ich habe jetzt ganz viel Zeit, weil ich habe eigentlich alles weg. Außer. Geräusche Strikes. Ich habe ja auch schon durch. Also noch eine gewunde Bucht gehen. Du bist jetzt nieder. Du erzählst mir, wo wir müssen. Eine gewunde Bucht. Ah. Okay. Ah. 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 Ich habe eine weitere Kavalgrabungsexpedition entdeckt. Güter, du weißt, was zu tun ist. So, der nächste Schritt vom Rattenkönig haben wir auch. Aber jetzt müsste man glaube, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, 4 um 4, das heißt glaube, wir müssten Schmelztiegel theoretisch spielen. Wie viele Events Schmelztiegel? 2? Ja, aber 4 um 4, jetzt weiß ich nicht, müssen wir zusammen insgesamt 4 sein oder? Das weiß ich nämlich nicht. Schmeiß so die Scheiße nicht hinter mir her, ne? Wenn wir lange genug durchhalten, gehört das Landesschiff uns. Geh vor, wir sind die Einzigen hier. Was hast du gerade gesagt? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Ich habe eben gedacht, ob wir hier die Einzigen sind, aber das hat sie nicht. Nö, es sind 4, beide insgesamt. Hier sind wir 4, ja. Jetzt da kommt das. Your Spinnen chapter 2. Ich habe richtig geboren. Wir werden nie meinen, aber wir werden für dich lassen bei mir zurückgehen, aber wir werden immer wieder lange nach dem Geräusch Glutbereich gäbelle Ja, das ist nur ge пре Hawaii. Zin Day wird ges urgentes Abend. bargain, das gibt einen Neben Defence whomzufissionen. Habe schon mir dieses Drecksvieh hier am Hals. Habe schon mir dieses Drecksvieh hier. Oh mein Glamour ist voll. Das ist natürlich eklig. Dann werden wir wohl zum Reisen nehmen müssen. So sei es. Wollen wir vorher noch Kiste mitnehmen. Wo ist er? Ich bin hier neben dir. Ok gut. Hier ist noch eine Kiste. Jetzt habe ich schon gedrückt. Das ist mir egal. Da bin ich wirklich schmerzen befreit. Ob ich nun hundert oder tausend Glamour mehr kriege. Das ist irgendwie voll schmerz mit dem Zeug. Wollen wir den Rattenkönig angehen? Ja. 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 Ja.